Jetzt die Hexe an! Oh, ja, hier. Hexe an! Moin Leute, euer Renekstens, das mal wieder am Start mit einem neuen Video. Mit dabei ist heute der liebe Baggerloot. Hi. So, würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Auf geht's, oder? Bereit? Ja, du bist nicht klar. Na klar, ii, das weiß ich doch. Ging's? Ah ja. Ey, ich hab's ja schon vorher geschlagen. Oh, ich hab grad das Schwert weggeschmissen. Das war natürlich sehr schlau. Also was ich einfach mal ansprechen wollte mit dem Hater kommt, das motiviert mich halt nicht gerade. Das war auch so ein Thema, wo ich jetzt ansprechen wollte. Mal kurz. Weil ich hab ein Intro gemacht, da war die Musik. Ich hab's selber gemerkt, am Schluss etwas zu kurz. Und da kommt gleich Haterkommentar, Scheißvideo und so. Das finde ich halt nicht gerade gut. Ja. Kann man auch sagen, was man mal verbessern könnte. Statt einfach nur zu haten. Bei meiner hast du das Haterkommentare. Genau. Genau, Sandex. Ja. Ja. Und danach mach auch ein Kalix und Kalix. Kalix. Ja, du bist der YouTuber. Kenn ich gar nicht, da ist nicht viele Abos haben die. Der eine 15.000 und dann 3.000. Ja, bist du bereit für den Kampf, fürs Kämpchen? Ja. Und der... Und der so... Warum nennt er das so? Warum hat das... Sandex. 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 Okay, los. Klingen wir los. Ah. Ich hab dir nicht mal getroffen, Junge. Ich schreie trotzdem. Ich habe Mitgefühl. Ich bin übel schlecht. Ich bin übel der Nuf. 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 Ja, wer hast du gerade? Weil du die angestellen. Ah! 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 Nimm doch noch! Nein! Ja! Ja! Nein! Alter, du machst die Hex aus, Junge! Hast du die Hex, Junge? Komm her! Ich krieg dich. Easy. Track dich! Komm her! Komm her! Nicht abhauen! Wer hat Nato? Zwei. Ja, ja, ja. Nee. Moment mal, ich kann nicht ja gucken. Ich hab den Lady Mod. Ah! Jetzt kommt alles raus hier. Lady Mod am Start? Oh! Oh, scheiße. Nee, komm, wir haben sicher nicht zu dir. Du bist full. Nee, eins fehlt mir. Ich weiß. Jetzt bin ich full. Oh, du rennst die ganze Zeit weg. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß nicht. Jetzt bin ich echt an. Oh, ich weiß nicht. Hex an! Spass! Ja! Ja, wer rennt denn die ganze Zeit weg? Du! So! Ach du, du machst dir keinen Spahn damit! Dann wirst du auch. Das ist los. Tschüss! Versuch sie. Alter, jetzt bleibt viel Herzen, du hast nur noch 5. 5. 10. Ooooooh! Alles! Digga, grüß dich, wenn du weinig warst nicht viele Menschen. Alles sollte da Antifizier sein. Kaum her. Hey, danke, das hat mir geholfen. Danke. Gerne. Ja, Iiis. Spaß, Leute. So, Leute, jetzt geht's in die zweite Runde hier. Er brennt hier schön, fackert schön ab und los geht's, würde ich sagen. Ups, falscher Knopf. Nein, die Scheiße. Scheiße. Prost, Firma. Dafür kann ich's aber. Junge, ich hab drei Herzen wegen dir verloren. Ah, nein. Ja. Oh, noob. Noob. Nein, die Runde. Nein, die bleibt. Du wirst weg und machst die Runde. Das. Nein, 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 nein. Du hast ja noch eine Chance hier. Dich dir zu zeigen, was du kannst. Jetzt geht's in die letzte Runde, Leute. Oh nein. Die dritte. Oh shit. Nein, die werden nicht los. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil-lo-matik-go. Und. Das geht. Das war's, Leute. 3-0. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sind dann mal raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Phoenix Insight. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.